Nicht vergessen, jeden Tag um 14.30 Uhr gibt es ein neues Video auf dem Channel von Lars oder so. Aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo oder so liebe Leute, was geht ab? Was geht ab? Wir spielen Roblox. Ich bin's mal wieder, Lars mit dem guten alten Roman. Leute, ihr seht, ich hab hier meine Weihnachtsmütze auf, denn es steht Weihnachten vor der Tür. Und es steht auch dieses crazy neue Spiel hier vor der Tür, welches ich gerade eben gefunden habe. Und das hier ist, ähm, ja, wie folgendermaßen. Wir müssen hier drauf drücken und dann sagt eine Stimme. Genau, und wenn die Stimme, müssen wir das Ganze ungefähr 20, nee, 30 Mal müssen wir hier dieses Cheese sagen. Hilfst du mir mal beim Drücken? Und dann geht die Tür auf und wir kommen in so eine Art Käselabyrinth. Und, ähm, ja man, hier müssen wir irgendwie versuchen zu überleben. Extra Life. Und unser Ziel ist es, im Prinzip Extra Life, ich glaube, ich hole mir sogar ein Extra Life. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Soweit ich weiß, ist hier eine riesengroße Ratte. Ich habe mir ein Extra Leben geholt. Okay, und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, hier zu überleben, wenn diese Ratte uns hier verfolgt. Oh mein Gott, da ist sie. Alter, was? Safe Zone. Das ist aber eine riesige Ratte. Ich bin in die Safe Zone gegangen. Oh mein Gott, ist das ein Riesenfiel. Ey, ich habe einen Käse gefunden. Sammelt Käse ein. Wir müssen so viel Käse einsammeln, wie es nur geht. Ey, einer muss die Ratte eigentlich nur ablenken und der andere kann dann so lange den Käse sammeln, weißt du? Ja, aber mach mal. Ich habe einen Käse. Einen. Einen von zehn. Einen von zehn. Ist ja noch neun, oder? Einen von neun, meinte ich natürlich. Meine Güte. Ah, das Labyrinth ist schon sehr, sehr groß. Ey, aber man kann schon vor der Ratte wegrennen. Hey, noch ein. Zwei. Oh, hier hat einer gefurzt. Oh mein Gott, ist das gefährlich, Mann. Zwei von neun. Wie viel hast du? Ich habe die Ratte gerade abgelenkt, Mann. Drei von neun. Freund, ich habe einen Schlüssel. Welche Farbe? Hier, grün. Grün? Ja, und hier geht es irgendwie auch hoch. Also, wenn du ein Grün hast, man konnte... Warum ist hier so ein Käse so ganz, ganz alleine? Okay. Den musst du aufheben, Mann. Okay, hab ihn. Wie viele Käsesstücke hast du, Mann? Ich habe drei oder vier gerade. Oh Gott. Wo bist du? Ich habe dich im Labyrinth verloren. Da ist irgendwas. Kann ich da rüberspringen? Ey, ich habe auch so einen grünen Schlüssel gefunden, Mann. Okay. Bist du hochgelaufen? Ich habe hier unten, da, ich weiß, wo ich hin muss mit dem grünen Schlüssel. Ich habe den grünen Schlüssel aufgemacht. Hier geht es irgendwo lang. Okay, ich bin irgendwo hingekommen. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Ey, ich bin gefesselt oder sowas. Was? Guess the code. Wo bist du denn hingelaufen? 2, 4, 8, 3. 2, 4, 8, 3. 2, 4, 8, 3. 3, 8, 4, 2. Hast du den grünen Schlüssel? Was ist jetzt hier los, Mann? Ja, da bist du. Ich sehe dich. Ich bin auch im selben Raum. Hast du 2, 4, 8, 3 eingegeben? Äh, andersrum. Ah. 3, 8, 4, 2. Was ist das? Sei leise. 2, 2. What the... What the case? What the frog. Was ist hier los, Mann? Green cake. Was geht denn hier ab? Da ist ein roter Schlüssel. Bist du an diesen Lampen immer weiter entlang gelaufen? Okay, ich habe es. Well done. Was jetzt? Da drüben ist ein blauer Schlüssel. Muss ich hier mit anlaufen. Nicht geschafft. Wo? Extra Life. Red Key. Auf jeden Fall ein roter Schlüssel. Okay, guck mal da. Da ist gelber Schlüssel. Lass mal zusammenbleiben. Kannst du das Ding hier aufmachen? Nein, ich habe nur einen roten. Hast du den roten mitgenommen gehabt? Ja. Ich habe den leider vergessen. Was? Ja, ich habe aus Versehen sofort den Käse genommen, statt den roten Schlüssel. Dann wurde ich teleportiert. Okay, das hier ist auch nicht richtig. Siehst du hier überhaupt eine Tür? Nee, das ist auch falsch. Ganz schön. Da, Ruh. Ah, da. Aber ich komme nicht durch. Oh, hier ist noch das Brett. Aber wie komme ich jetzt wieder nach da oben, wo ich eben war? Da können wir dann hoch und dann kann ich mit dem Brett. Ich muss einfach nochmal den Code eingeben, weil ich den roten Schlüssel vergessen habe. Ich Esel. Uh, aber schon. Okay, okay. Der Bro verfolgt mich. Okay, okay, Leute. Haha. Okay, wo lang jetzt? Wo lang jetzt? Wo lang jetzt? Okay, hier ist das. Hier ist der graue Schlüssel. Da ist der blaue. Ich habe auf jeden Fall dieses Board. Sprich, ich muss jetzt, glaube ich, diesen Weg lang gehen. Oder sowas. Oh mein Gott, was? Ich check's nicht. Es ist so kompliziert irgendwie. Ich glaube, ich muss jetzt hier runter. Da muss ich da wieder nach rechts, glaube ich, war das. Hey, sag mal, Lars. Dort, wo du diesen roten Schlüssel bekommen hast, hast du dann auch den Käse angedrückt und wurde es teleportiert? Ja. Wusstest du, dass man dort noch weiter gehen konnte? Da gibt's noch einen Käse zu holen. Ja, ich habe einen auf jeden Fall. Hast du den Parcours-Käse geholt da? Warte. Ich guck mal, wo es hier noch... Hier gab es auch noch links irgendwie so einen Weg nach oben oder auch nicht. Ganz komisch, ne? Mir fehlt auf jeden Fall einer. Oh, falsche Richtung. Haha. Okay, ich verfolge nochmal diese Lichter. Hier ging's hoch. Meintest du, dass da so ein Weg nach oben war? Mit Parcours? Ne, hier ist nichts. Sag mal, wenn man stirbt, verliert man dann eigentlich sein... sein Alles? Ich will's eigentlich nicht wissen. Das ist auf jeden Fall eine Batterie. So, jetzt bin ich nämlich hier. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ja. Das ist wohl hier am besten ein Extra-Live, Mann. Hab ich. Hast du geholt? Ja. Extra-Live. Okay, ich hab jetzt den Parcours-Käse. Den hatte ich eben nicht. Okay, let's go. Wo komm ich jetzt raus? Okay, ich hab den blauen Schlüssel. Blue Key. Da ist er. Wofür muss man denn den Blue Key verwenden, Mann? Achtung, Lars, ich hab die... Safe Zone. Okay, ich bin in der Safe Zone wieder. Kann ich mir nochmal ein Extra-Live holen? Nö. Hier so hoch. Blue Key. Das heißt, wir müssen jetzt... nochmal irgendwo nach da. Oh Mann, es gibt doch noch so einen grauen Key, ne? Okay. Ich kann hier nicht weg. Hast du den Porten dort hinlegen können, Mann? Ich kann hier nicht weg, Mann. Ich bin gefangen. Wo? Ich bin in der Safe Zone gefangen. In der Safe Zone? Ja, ich bin in der Safe Zone gefangen. Ich hab... Du hast sogar sieben Käse, Mann. Mir fehlt einer. Ja. Irgendwo auf dem Parcours gab's noch einen. Jetzt hab ich hier das Brett hin platziert. Hast du jemals... Nein! Wow, war das knapp. Wow, war das knapp. Bist du das? Die Maus verfolgt mich wieder, ja, ja. Warte, ich komm mal zu dir. Nein, bleib weg von mir. Ich weiß nicht vielleicht, ob ich dich rausschieben kann. Oder bist du rausgekommen aus der Zone? Nein, der ist hinter mir. Roman, der ist direkt hinter mir. Ja, du musst so eine kleine Kante finden, wo man so reinlaufen kann. Ja. Okay. Oh, da kommt wieder die dicke Maus. Aber eigentlich ist es schon leicht, vor der Maus aufzuhauen. Da, oh, da bist du ja. Ja, ich muss hier rechts jetzt lang. Nee, ich hab auch einen Block hier. Aber wo muss man mit dem Block hier denn hin? Ja, wir müssen hoch, da diese Leiter, die da war, die hochgeführt hat. Wo der Käse allein nur in dem Raum stand. Oh Mann, mich hat er erwischt, Mann. Alter, alle meine Dings sind weg. Alle meine Schlüssel sind jetzt weg. Du musst die blauen Dings finden. Warte, ich helfe dir, Lars. Du hast dich nicht von der Maus erwischt. Das Extra Life bringt eigentlich nichts, Mann. Das ist einfach Scam. Ich glaube, du musst das Extra Life in der Hand halten, damit es was bringt. Ich lenke dir einfach mal, ich lenke mal die Maus die ganze Zeit für dich ab, Mann. Ich finde diese dummen Treppen nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, da musst du links gehen, vom Anfang her gesehen. Aber du kannst jetzt ruhig gucken, Mann. Ich hab die Maus bei mir. Okay, danke. Irgendwo hier, Safe Zone, sprich dann hier lang. Bitte hier lang. Ja, hier ist es. Okay, ich hab's. Hier ist der blaue Schlüssel. Okay. Was jetzt? Irgendwas ist aufgegangen. Ja, Mann. Diese... Hey! Diese eine Tür... Ähm... Ich kann dir sagen, welche Tür das sogar ist. Das ist diese eine Tür, die... Ich hab's... Die hier, genau. Oh, aufpassen, mich hat er geholt. Okay. Einer fehlt noch. Genau, wo ist denn der letzte? Der muss weg von mir. Der letzte Käse, wo wird der sein? Es gibt noch so eine hellgrüne Tür. Es ist ein einziger Käse, der noch fehlt. War dort, wo der blaue Schlüssel war, auch ein Käse? Weiß ich nicht. Aber hier ist auf jeden Fall noch diese eine Tür hier. Du hattest aber eben sogar einen mehr als ich. Ja. Welchen hast du denn? Ich glaub, im Labyrinth oder so war das, Mann. Ich hab auf jeden Fall das ganze Labyrinth abgelaufen. Da hab ich alle dann gefunden, Mann. Hast du den Parcours-Käse? Ja. Hm. Hier ist noch gelb. Diese gelbe Tür, die haben wir noch nicht. Meinst du die am Spawn? Ja. Hm, naja. Ich glaub aber, dir fehlt irgendein Käse, den ich habe. Hallo? Nee, wobei, du hast ja jetzt auch acht. Wir sind ja jetzt acht, acht. Ja, aber du hattest eben sieben und ich hatte sechs. Das heißt also, du hast einen, den ich nicht habe. Ja, hast du vom blauen Schlüssel auch einen Käse bekommen? Ah, okay. Acht von neun. Nein, das hier wird wahrscheinlich dann der letzte sein, der hier. Oh, oh. Geh du vor. Ich check gerade nicht mehr. Du musst den ablenken. Oh, nee, doch nicht. Der kann man hier auch raus. Nein. Ich check gerade nicht mehr, wo der grüne Schlüssel nochmal war. Ich hab den grünen Schlüssel. Ja, aber du musst aufpassen, dass du nicht stirbst, Mann. Weil du verlierst sonst alles. Ich geh nochmal da rein. Vielleicht hab ich was übersehen. Ins Gulag. Das ist gut, der alte Gulag. Okay, hier ist nichts. Vielleicht liegt hier einer noch im Schrank oder sowas in diesem einen Raum mit dem Code, weißt du? Mhm. Hast du da was rausgenommen? Nee, ne? Beim Code? Ja. Ähm. Nee. Da hab ich nur diesen einen roten Schlüssel geholt. und den, äh, den Parcours-Käse. Und danach teleportiert man sich da weiter. Und dann hat man dieses Brett und so. Und mehr hab ich da nicht gemacht, Mann. Okay, ich hab alle. Genau, den Parcours-Käse hab ich auch. Ich geh raus. Hier ist der blaue Schlüssel. Okay, ich weiß nicht, wo das letzte Ding ist, Mann. Flucht vor der Sonne. Bist du, bist du unterwegs gerade? Kann ich raus? Ja. Ja, ja, ich hab die Maus. Ich hab die Maus. Ich bin die Maus. Ich bin eine kleine Maus. Okay, lass mich mal am Leben. Oh, ich wurde geschnappt von der Maus. Ich wurde geschnappt von der Maus. Hm. Hast du in diesem Steinraum den extra Käse da geholt? Oh, oh. Oh, was ist das? Oh, oh, oh. Er hat mich. Hat er dich? Ja. Oh, nein. Und? Dieses Extra-Life hat nicht mal geklappt. Ja, gell? Dieses Extra-Life hat nicht geklappt. Aber es ist ja eigentlich egal, weil wir haben ja alle Käse-Dinger. So, das ist ja, das ist ja nicht so schlimm. Das Ding ist einfach nur, dass wir einen einzigen Käse brauchen und der befindet sich hinter der gelben Tür. Mann, wo ist denn dieses Ding? Hier ist auch noch eine graue Tür. Och, Junge. Du hast ihn genau in mich reingebracht. Hä? Ich glaube, das ist verbuggt. Oh, der letzte Käse. Hast du ihn? Ich glaube, ich hab ihn, ja. Ja. Ja, du hast ihn. Okay. Die Tür ist offen. Ist die Tür offen? Bist du drin? Bei mir ist die Tür nicht offen. Nicht offen? Nein. Wo ist die Tür? Hier, hier, hier. Bei mir ist sie offen, Mann. Bei dir ist die Tür auf? Bei mir ist die Tür nicht offen. Oh, nein. Oh, ich hab das Spiel abgeschlossen, Mann. This is the end. Hä? Wo war denn... Wenn man da durchläuft, dann steht da einfach nur dran, du hast das Spiel gewonnen. Das war's. Wo war denn dieser eine Käse, den ich nicht habe? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay, okay. Kurzer Rostens. Alter. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Diese dumme Ratte ist so laut. Oh mein Gott. Lauf. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Warum ist die so laut? Ja, die Tür ist auf. Jawohl. Geschafft. Nice. Okay. Alter, krass, Mann. Jetzt machst du's endlich. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Das ist das Ende. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.